Dann versuche ich so noch eine kleine zu ihr abziehen. Da ist eine Türke, eine Westfale und ein Rheinländer. Alle drei treffen Gott, sind aber auch alle drei krank. Da seht der Türke, Allah, ey Allah, bin krank, Allah, viel Schmerz, Allah. Seht ihr wo, mein Sohn? Im Kreuz. Oh, Entschuldigung, Allah, im Rücken. Man muss ja vorsichtig sein, wenn das ist klar. Ja, war ein Versteckterwitz, aber eigentlich haben wir es nicht. Küt Allah, Küt Allah legt dem Türken die Hände auf den Rücken. Zack, ist der gesund. Seht der Westfale, jo, das ist genau dasselbe wie meine Schulte, wohl. Schmerzen in der Schulte. Kommt, Jott, legt dem Westfalen die Hände auf die Schulter. Zack, ist der gesund. Dann wendet sich Gott mit seinen heilenden Händen Richtung Rheinländer. Da seht ihr, pass up, Jung, Flossenweg, ich bin noch vier Wochen krank. Sohn, Jott. Vielen Dank.